hey leute und willkommen zurück zu unserem let's play von warcraft 3 heute starten wir mit der vierten mission der kampagne die geister von echenweil das ist eine mission dabei der habe ich glaube noch nie die optionale quest erfüllt das wäre doch was wir jetzt schaffen könnten wollen sollten der verdammte srall schickt uns weg er setzt seine besten krieger für niedrige arbeit nein häuptling mit diesen wäldern stimmt etwas nicht es ist zu still als würden wir beobachtet fürchtet ihr euch jetzt schon vor geistern hier gibt es nur uralte bäume und schatten hört ihr das ihr spukt es doch lebende gegner fürchte ich nicht doch gegen geister ist meine axt machtlos schweigt und macht euch an die arbeit für die neue siedlung des kriegshäuptlings brauchen wir viel holz dieser wald abschnitt muss gefällt werden ich denke darüber nach tanzenden lichter sind seltsam vielleicht sind sie die furchtbaren geister vor denen euch allen so graust genau das ziel ist hier holz zusammen zu bringen und wir werden angegriffen ihr hattet recht schwestern diese grünen bestien haben keine acht und im leben im leben kein folge gruppern das ist bisschen nervig vielleicht ich kann nicht mehr wachen ich bin schon für vier das tut ja sie sehen fast wie elfen aus aber sie sind viel zu groß und viel zu wild die kriegerinnen sind auf fliegenden bestien zurückgekehrt wenn unsere wolfreiter sie eingeschnürt haben ist der spuk vorbei ja also auf diese jamanen kann man jetzt nicht viel setzen an sich diesen freunden vielleicht hätte ich nicht so viele upgrades machen können dann erstmal das wird ein bisschen nervig eventuell ich kann nicht mehr machen kriegshäuptling so jetzt haben wir noch einiges bei uns verloren oh ich denke drüber nach seid gegrüßt werter ork in dieser gegend mutet einer von euch seltsam an wir sind zum holz fällen hier kleiner goblin in dieser gegend macht uns ein stamm bärmenschen die firborgs genannt werden großen ärger tötet ihren häuptling und wir verkaufen euch unsere waren günstig vielleicht bauen wir euch sogar schredder ich denke drüber nach ich schade sind der hammer kriegshäuptling niemand darf überleben ich kann nicht mehr machen aber vor allen dingen erstmal gold das ist unser holz gut und schön mit euer zeug hier weg und dann ja gab's nichts ne gibt's überhaupt handeln solange man das noch nicht hat vor allen dingen nicht mehr Beweigert sowas ich denk drüber Naid ich kann nicht mehr wachen links Häuptling hmmm wie ihr meint so kleine leute endlich links Häuptling aaaaaah wie ihr meint endlich Ich denke drüber nach. Aber ich denke drüber nach. Sehr gut, jetzt haben wir hier das. Oh, jetzt ein Gold. Wir sind das Gold entstanden. Mit Gold wird es ja nichts, ne? Wir können es noch nicht erfahren. Ich kann nicht mehr wachen. Endlich. Ich denke drüber nach. Okay. Endlich. Ich denke drüber nach. Da ist ein Außenposten. Verbrauchung sind unser und da der Pulte. Das ist nicht immer hart. Eventuell vielleicht auch ein paar Kopfweger. Wir kriegen die Fußbästien halt. Weiß ich noch nicht. So. Ich muss noch Kopfweger nehmen. Wir sind schon etwas zu besser. Weiß ich noch nicht mehr wachen. Dann machen wir noch einen neuen Häuber. Sofern sie zum Gutbästchen kommen. Wer ähts ist. Ich kann nicht mehr wachen. Ich kann nicht mehr wachen. Ich kann nicht mehr wachen. Oder... Gibt's Crit. Ja, Häuptling. Ich kann nicht mehr machen. Arbeit abgeschlossen. Hm... Ja... Das kann ich. Arbeit, Arbeit. Ähm... Endlich. Ein Belagungsverhältnis und ein Fahrverteidiger. Ich kann nicht mehr warten. Ich denk drüber nach. Ich kann nicht mehr warten. 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 Wie ihr meint. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. Endlich. Ich denk drüber nach. Wie ihr meint. Altling, in diesem großen Baum pulsiert Magie. Wir sollten ihm fernbleiben. Ha! Bin ich von Feiglingen umgeben? Das ist ein Baum wie jeder andere. Fällt ihn! Ja, aber sie kann schon auf das. Ich kann nicht mehr warten. 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 Und nochmal gehen. Noch einen runter, ne. Und noch einen Davon. Niemand darf's überleben. Ja, das ist doch, glaube ich, das Antiquest, diese Bäume zu kehren. Bin mir fast sicher. 3000 Einheiten Holz. Wenn wir mehr Bäume finden, werden wir auch sie fällen. So, Wanderer. Schön. Winderung. Hab ich schlecht am Anfang geforst, das kriegen wir jetzt natürlich auch voran. Ein Katapult. Ich kann nicht mehr warten. Linkshäuptling? Endlich. Linkshäuptling? Ich kann nicht mehr warten. Niemand das überlebt. Läuft. Ähm, Katapult ist was durch. Sparen wir noch einen hinterher. Was ihr wolle. Wir fahren vor allen Dingen jetzt noch. Zweite. Kaserne. Abgeschlossen. Zweite. Ich kann nicht mehr warten. Ich muss auch noch nehmen. Mhh. Kriegshäuptling? Ich kann nicht mehr warten. Kriegshäuptling? Ach, das nutzen. Das kann ich. Alles klar. Ich kann nicht mehr warten. Kriegshäuptling? Ich kann nicht mehr warten. Kriegshäuptling? Ich kann nicht mehr warten. Kriegshäuptling? Kriegshäuptling? Ja. Kriegshäuptling? Ooh, okay. Ich kann nicht mehr warten. Mhh. Reiten wir! Bereit zur Arbeit, hm? So. So. Was wir wollen, aber gern. Okay, so. Weiter aufkochen wir mal. Kostet zwar alles Holz, aber hier gibt's irgendwie viel Holz, das geht ja drum. Zeigung, dass wir nicht vorher schon alles voll haben. Grunt, 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 komm. Ich kann nicht mehr was los. Ich kann nicht mehr was los. Ein Dodgeman halten dafür. Grunt, grunt, grunt. Grunt, grunt, grunt. Genau, vielleicht versuchen wir nicht mehr was los. Grunt, grunt, grunt. Grunt. Ist bisschen kack. Grunt. 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 Arbeit abgeschlossen. Grunt. 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 Die Stau. Grunt. Grunt. Die Stau. Runt. Okay, okay. Verwalt. Wir sind trotzdem ganz gut. Oh, der klingt schon super. Okay. Ich höre, wie viele da sind. Weg. Aber weg. Ich kann nicht mehr warten. Endlich. Die wollen wir uns noch, die Bogenkletzern hier. Jetzt machen wir jetzt vor allen Dingen noch mehr Gold in den Bogen. Sehr gut. Das ist das Hauptblatt auf dem Blauen. Ich kann nicht mehr warten. Mehr Gold. Bereit zur Arbeit. Hier ist noch einer. Ich kann nicht mehr warten. So, langsam wird es doch besser. Hm. Entschuldigung. Ich kann nicht mehr warten. Bereit zur Arbeit. Bereit zur Arbeit. Bereit zum Ausritt. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt noch ein bisschen langsam an mit dem Holz, weil ich alle Nebenquests erfüllen will. Ich kann nicht mehr warten. 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 Hier sind alles drauf, aber ich hoffe, dass wir es noch nicht brauchen. Jetzt können wir noch mal hin. Kriegshäuptling? Super. Wie gesagt, wird es jetzt wieder gut? Ich kann das mal versparen. Ne, ich kann 2 Gold nehmen, dann muss ich noch gleich höher gehen. Mach mach. Ach so. Wir brauchen mehr Gold. Noch 1 oder 2 Belagungsgeräte. Ich hoffe wir jetzt dafür machen wir. Und das dann. Sieht gut aus. 70, ne? Ist eh die Grenze, ja. Ist gut. Du brennst wie immer nur den Katapulten hin, naja. Ich glaube es ist noch nicht zu schnell. Ein Räuber. Ja, jetzt erstmal ein bisschen aufbauen und dann... ... gehts zum Angriff über. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Hm, wie ihr meint. Bereits im Ausbild. Ich kann nicht mehr warten. Ja Häuptling. Wir werden angegriffen. Links Häuptling. Hm, links Häuptling. So, schau. Was ihr wolle. Ich kann nicht mehr warten. Was ist denn, äh... Ah ne, die Hitze hier an der Version haben die noch Rüstung. Okay. In der Erweiterung haben sie dann keine Rüstung mehr, also keinen... Hm. Hm. Die Panzerteißer an der Rüstungstube. Was ihr wolle. Ich kann nicht mehr warten. Ein Leben für die Horde. Was ihr wolle. Was, ich glaube schon. Wir brauchen mehr Bauernhöfe. Hm, wie ihr meint. Ich denke drüber nach Wie ihr meint Trinkshäuptling Ich kann nicht mehr fahren Trinkshäuptling Ich kann nicht mehr fahren Ist ja gut Ich kann nicht mehr fahren Ich denke drüber nach Okay, gute Spiele ich kann nicht mehr fahr' ich kann nicht mehr fahr' ich kann nicht mehr fahr' endlich steht da wieviel es da gibt? ne, noch einfach viel sollen mit der selben Zucht haben das ist nicht schlimm wir haben gerade eine neue gefunden sehr gut ich kann nicht mehr fahr' ich kann nicht mehr fahr' voll gerne einfach er braucht wohl mehr village super ich kann nicht mehr warten wie gehst du den furborgs nenne ich an? wix häuptling? wie ihr meint ja das müssen die furborgs sein, die der goblin erwähnte dies wird ein ehrenhafter kampf super viel leben wix häuptling? ich kann nicht mehr fahr' ich kann nicht mehr fahr' ich kann nicht mehr fahr' ich fühl' dich ich fühl' dich Oh, das ist die ganze Zeit. Oh, fuck. Das stimmt. Das stimmt. Noch einen? Ja. Ich habe einen Baum noch. Scheiße. Das stimmt. Kriegshäuptling. Uah. Ja. Bereit zur Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Ja. Das muss man abends machen. Auch hier, falls... Ähm. Bereit zur Arbeit. Was ihr wolle. Falls sie dann mit... Äh... Sput... Zu Leuten in Welten ankommen. Das wäre unwohl. Hm. Kriegshäuptling. Arbeit abgeschlossen. Hm. Okay. Kriegshäuptling. Ich denke drüber nach. Ich kann nicht mehr warten. Bereit zur Arbeit. Ja. Hier machen wir jetzt nichts mehr. Das ist ein ganz guter Vorpasst. Das ist ein ganz guter Vorpasst. Ich weiß nicht mehr ausreden. Wegshäuptling. Ich kann nicht mehr warten. Wegshäuptling. 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 Ich rede nun mal noch nicht mit dem Kollegen. Wegshäuptling. 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 ist das nervig. Ich meine, ich habe keinen Turm. Deswegen meine ich, ich brauche diese Reiter. Ich kann nicht mehr wachen. Ich denke drüber nach. Hm? Was ihr wolle. Links Häuptling? Ich kann nicht mehr wachen. Reiten wir? Links Häuptling? Ich kann nicht mehr wachen. Links Häuptling? Links Häuptling? Ja, ich kann nicht mehr wachen. 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 So, jetzt haben wir die wenigstens mal hier kaputt. Das hier, ja, das kann in der Zeit bleiben, dann habe ich kein Problem mit. Das ist ein Leben für die Horde, dann wird er eventuell auch nötig sein. Ich kann nicht mehr warten. Kriegshäuptling, wie ihr meint, ich kann nicht mehr warten. Kriegshäuptling, ich denke drüber nach. Arbeit abgeschlossen. Ich kann nicht mehr warten. Kriegshäuptling, ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. Oh, wo geht's hier denn hin? Oh! Ja, wir dürfen nicht mehr verletzen. Ähm, ja. Auch mehr Soldaten. Das ist genau 70. Ich kann nicht mehr warten. Oh, wei. Wie ihr meint. Aber ihr habt geschlossen. Wie ihr was? Endlich. Ja. Hm? 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 Zu wenig. Leute. Hier. Die fliegen ja. Wie ihr habt. Wie ihr habt. Ich kann nicht mehr warten. Weiden wir. Hm? 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 Ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. Arbeit abgelommen. Oh Gott. Ich brauche mehr davon. Ich bin sicher auf dem Weg, aber die hier sind. Ich bin sicher auf dem Weg. Hm? 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 Ich kann nicht mehr warten. Hm? Ich kann nicht mehr warten. Hm? Ich kann nicht mehr warten. Wer mehr warten dürfen. Hm, ich kann nicht mehr wahren. Hm. Hm? Ich kann nicht mehr wahren. Hm? Links Häuptling. Hm? Hm? Hm, ich kann nicht mehr wahren. Okay, okay, okay. Cool. Ich kann nicht mehr wahren. Verheiligt. Meister. Oh man, oh man. Hm, bereit zur Arbeit. Ich kann nicht mehr wahren. Wo ist was getan werden? Wo ist das? Arbeit kann nicht mehr wahren. Und dann noch mehr Belagerungsgeräte. Hm? Höher, links Häuptling. Was ihr wolle. Da ist noch ein Neunturm wieder. Aber gerne, hm? Ist dann wenigstens die... Ich kann nicht mehr wahren. Reiten wir. Umgleichstens hier ähm... Ja ist im Boston gewesen. Wo die ganzen... ...Frei... äh... ...Futtycher herkommen. Was soll ja dann Geschichte sein? Ich kann nicht mehr wahren. Hm? eine neue code bräuchte ich dann auch die war ja auch jetzt geschichte gewesen das jahr ist dann noch genug tun ja es gibt eine neue phase zu fahren, das meine ich nicht arbeit abgeschlossen Das ist ja noch voll, als er wieder auf der Züge ist. Okay. Wir haben doch fast die ganze Mad-Buy-Kunde. Jetzt dürfte noch ein Gegner sein, quasi von der Farbe her. Ich möchte euch drei verschiedene blau-grünen Töne angegriffen. So, ja. Soll ich ja ganz gut voran gehen jetzt. Sollte dann irgendwo oben rechts in der Ecke sein, dementsprechend. Wie sieht sie das? Hier rein und machst jetzt eine schöne Wirbelung. Okay, okay, okay. Mach's gut. Ich bin unterwegs. Okay. Ich bin so einiges an normalen Einheiten, aber ja, die glauben es ja nicht an normalen Einheiten. Das ist doch nix. Ja, krass, wie viel die hier gerotts haben. Ja, sieht doch gut aus. Das sieht nach der letzten Basis ja aus. Wir nehmen ja auf dem Weg noch ein paar Leute von den Ballen mit weg, aber... Wie sieht das so gut aus? Könnte ich dann anfangen... Oh, oh, da ist noch was kleines. Oh, noch ein Baum. Ich muss dann aufpassen, dass ich nicht zu viel Holz kriege und vorher alles beende. Ich kann nicht mehr bauen. Kriegshäuptling? Hm? Kriegshäuptling? Kriegshäuptling? Ich kann nicht mehr bauen. Ich kann nicht mehr bauen. Sollte dann der letzte Baum sein. Dann könnte ich noch das Fest bei den Kollegen abgeben und mit den Schraddern das letzte Holz abholen. Ja, noch 2000 Holz oder so, die dann fehlen. Ich kann nicht mehr bauen. Das erklärt auch, warum ich hier das Nebenquest in den Karten gekriegt habe, weil man durch dieses Nebenquest so viel Holz kriegt. Kriegshäuptling? 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 Hm? Wie gemein. Ich kann nicht mehr bauen. Wir haben unser Soll fast erfüllt. Die Holzlager sind so gut wie voll. So, und ich lehne das Produkstofdorf. So, ja. So, dann ist Quest erfüllt. So, und jetzt? So, und jetzt? Nur noch. Nur Holz. Abbrechen, abbrechen. Hauen wir Holz jetzt. Ich denke drüber nach. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. Now forrest. Beide zur Arbeit. Kriegshäuptling? Hm? Hm? Ah, danke. Also, diese Schredder durchschneiden, die Bäume im Handumdrehen. Bereit zur Arbeit. Bereit zur Arbeit. Ja, super. Alle Quests erfüllt. Und noch 2.000 Holz. Ich kann nicht mehr warten. Ich denk drüber nach. Wir brauchen mehr Holz. Bereit zur Arbeit. Bereit zur Arbeit? Ja, jetzt alle nur noch Holz sammeln und dann ist das ganz schnell geschafft. Hier sind 100, 100 Holz mit einem abliefern, glaube ich, die Kollegen ist ganz schön immens. Bereit zur Arbeit. Das hat irgendwie nichts gedunet. Wir brauchen mehr Gold. Bereit zur Arbeit. Alle jetzt nur noch Holz sammeln. Auf gehts. Super. Hab ich jetzt. Oh. Ich nehme es mal noch mit. Wir brauchen mehr Gold. Hm? Bereit zur Arbeit. Gold. Ich habe noch zwei Rollen mit. Jetzt haben wir die Möglichkeit noch, dass wir sie übernehmen. Oder was noch tun. Stellt bei Benutzen müssen wir mit einem vollständig wieder mehr. Ja, ok. Mal gucken, hier gibt es nichts. Wir sind doch im Wald. Da hätte ich ob es mehr nützen können, aber naja. Ich habe es jetzt nicht so geschafft. So, tausend Holz noch. Ich hoffe sie ist gerade zurück, ne? Und einen Hundert bringt er, ne? Zwei Hundert sogar. Krass. Verrückt. Ja, da kriegt man sogar noch Supplyfall. Da haben wir ja jede Menge Holz auch gerade. Boom. Noch 200 Holz. So. Ja, war coole Mission. Bisschen unorthodox, dass wir am Anfang gar keine Goldmine haben, aber macht es ja noch ein bisschen spannender, ne? Ich kann nicht mehr wachen. Guck mal, ja. Da dreht sich noch heute. Wie ihr meint. Halbbring, die Ernte ist abgeschlossen. Gut. Dann beginnen wir sogleich mit dem Bau der Siedlung. Endlich. Super. Ja. Bisschen gar nicht unbedingt schwer. Am Anfang muss ich schon ganz schön verteidigen auch immer, aber das ging ja dann. Durch früher Upgrades waren die auch recht widerstandsfähig. Recht gut gelaufen. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen es nächstes Mal weiter mit der fünften Mission. Dann langsam ernst. Alles klar. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Passtou Auf Wir machen es nicht einfach ganz genau. Vielen Dank.